ja hallo und herzlich willkommen bei simray, schön dass ihr dabei seid. wir spielen heute einmal den fahrdienstleiter in osmovik. hier kommt einer an die 4130 und hier ist einer jetzt. er fährt durch die 1631. dann melden wir mal ganz kurz die ab. die 1631 so. damit er bescheiß weiß. den hat er hoffentlich schon abgemeldet. hier den 41. der bot. die 1631 fährt da. so, das ist schon mal nice. dann fährt die. so, was haben wir hier. die 1641.30. die fährt auch bald. genau. hier habe ich das jetzt nicht eingeblendet. aber es gibt noch einmal einen zugplan. wir haben jetzt hier einmal. ich mache die 4130. so ein bisschen was seht. die kommt gleich. die soll um 1652 sein. ist eigentlich schon durch. die überspätung steht hier auch nicht. ist die hier irgendwo. ja doch. ach, die 1631 ist schon durch. eine ist die 4130. ach, da ist die 4131. die ist auf dem weg. nehmen wir auch direkt hier rein. zufahrstraße. die sind jetzt so schnell züge. die lassen wir auf jeden fall durch. das haben wir hier. kommt die 61131. das ist ein 120er zug. da müssen wir natürlich gucken, was als nächstes aus pijovic kommt. erstmal nichts. der eine hat sieben. das heißt, den können wir durchschicken. den 61131 nach jetzigem stand. denn da kommt sonst nix. der fährt ja hier direkt durch. haben wir gesagt. der 4130. ich mache auch mal ein bisschen an, dass er so ganz leicht das gedödel im hintergrund hört. das ist laut. ich glaube euch so ein bisschen leise. so wird das das. das hört so. so jetzt warten wir hier einfach auf den nächsten zug. trinken kaffee. den haben wir hier schon stehen. zum glück. was mir noch nicht gefällt ist dieser zug hier. aber es kommt da jetzt aktuell nix. das heißt, wir können ihn durchziehen. er hat zwei minuten verspätung. der nächste schnellzug als pijovic kommt 24. ok. wir können natürlich beide auf seite nehmen. 122. 17.06. wäre da. 17.24. glaube ich nehme die auf seite. pack den hier mal hier unten hin. sitzt. ach da sitzt jemand drauf. ne. 1631. ne. da sitzt keiner drauf. ich bin sonst immer böden. der zu lange wartet. aber ich nehme den mal auf seite. nicht nachher da hin. ja da nicht. ja. 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 weil ich dann schon mal so ein kleist. wo ich dann von hier unten nicht mehr hoch bekomme, musste ich dann auch dagegen ansch hicken. hat der auch gemacht. der war gestern englisch in aufpassen ja genau der hier unten kommt müsste passen dass es nicht nachbar gleis nehmen können also hier gleich 4 einfach damit verdienen sogar zwei 13 33 und 14 33 die müssen beide durchlassen dann auf dem einen ist sogar jemand drauf auf die 14 33 wird auch jetzt mal länger als 20 wir haben hier sehr viel standzeiten ich will das auch nicht ausstellen dass einfach so sieht was macht man dann wenn niemand kommt die 14 31 ja der hat planmäßig so gehalt er ist sogar zu früh jetzt hier zu 61 128 ist nicht gerne das ist ein schnellzug 31 30 direkt hinterher dann lassen wir ihn laufen erst muss der rüber dann ok 14 30 der jener 41 30 er fährt auch noch nicht vollgas 14 30 bei denen hier drüben melden gute fahrt 41 30 ja danke für spaß werde ich haben so das war jetzt der ist jetzt durch wir haben auch gemeldet so jetzt müssen wir warten dass der eine hier rein fährt und der andere oben rein so dann haben wir hier die ein ah ok jetzt haben wir hier 61 28 der wird schneller sein als aber es nützt nix sind beides NPCs deswegen lassen wir die beide fahren ich will die andere nur mal kurz rüber kriegen ich will die 14 wo ist der der kommt aus dem nachbarkleis ok ich will die 14 wo ist der durch naja 14 131 für fahrdienstleister aus dem wiki bin ich und wieder rein und gucken wir uns jetzt gleich rein vorne ersetzt er müsste jetzt gleich hier vorbeikommen den stellen wir ab nein ist ein bot da ist es nicht ganz so schlimm und den packen wir hier oben hin also ich bin hier vorne dass wir müssten ihn da eigentlich hinten sehen da müsste er gleich kommen und dann lassen die zwei durch und dann müssten die beiden dinge hier kommen 13 30 und 14 jetzt gesagt 14 ok ist schon keiner das ist ja der aufenthalte gehabt aber ist auch kein npc ist auch ganz viel mehr drauf hätte noch 82 auf gelb so jetzt ist er im abschnitt hinten drin weil der die weichen bereich verlassen hat können wir die hinten fahren lassen da ist schon mal aus dem bereich raus er ist eh zu früh ne das nehme ich jetzt einfach raus hier so jetzt ist er gleich sobald er hier drüber ist kann ich das hier machen jetzt ja sie ist unten zwar neben der hier oben als sie zu früh so okay okay er ändert das ja jetzt 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 ist der alt herrn piličovic bitte wiederholen Ich hätte mit Filichowitsch gesprochen, aber er hat sich erledigt. Perfekt. Perfekt. Aber hier, 168. 168. Zum Glück sitzt da keiner drauf. 168. Weil ich habe jetzt gar keinen Platz mehr hier. Und zwei Nebengleise. Für zwei Züge auf gar keinen Fall. Der 31. Hier und danach fährt der andere noch. Ich könnte den da reinpacken dann. Nachdem wie schnell er aufschließt. Heißt du bist ein Zug wegnehmen. Dauert es eh noch. So, den hier reinpacken. Gleich mal gucken. Noch kommt da nichts. Ich komme erst um 30. Deswegen. Das machen wir. So. 31. 1. 3. 0. 1. 3. 0. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 2. 3. 4. 3. Das passt schon mal. Da müssen die zwei noch da. Sobald die zwei schnellen durch sind. da kommt 16. 1. 1. 3. 1. 1. Vielen Dank. 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 So. Jetzt fahren die hoffentlich auch. Nein. So, jetzt haben wir jetzt hier die 61,28. Mal melden. Ja. Okay. 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 Lettik. 16 131 melden zu 16 131 14 einmal ich kann jetzt auch 17 31 und die anderen durchlassen dann musste 13 hat 17 39 also es ist hiervon so der 14 hat um muss um 1731 und der 1331 erst um 1739 dann schicken wir gleich hinterher 1431 hinterher machen wir so ein paar der transporter 1431 hinterher und dann kommt der hinterher dann haben wir unser kleist wieder frei reichen wird oder wie auch immer heißt unser arbeitsbereich auf jeden fall da ist auch keiner drauf aktuell das ist schon mal gut so 1431 noch hinterher jetzt und dann geht er hinterher dann schicken wir an hinterher jetzt kommt hier unten 41 28 weiter schicken jetzt wenn der dann raus ist so Gute Fahrt 1431. Gute Fahrt 1431. Gute Fahrt 1431. Kurze Frage, kriege ich bei dir das Gleis 4? Für mein PH halt. Wo möchtest du Gleis 4? Ah, du bist schon weiter. besten dank meinte gar nicht mehr der leck ganz schön scheinbar 14 reinreicher wird auch gemeldet nachher und dann kommt hier die 13 33 16 13 31 so aber noch warten bis er durch ist noch da muss er ihnen auch durch seinen 1 1 film ist freilich ich habe es gut sortiert oder was man dir wenn anfänger 41 28 hat kein halt 58 ich weiß nicht gleich durchkommen mit ich und das gleich sein ja jetzt hat das die 13 13 131 doch gut was zu tun jetzt nur mal gucken 14 31 ist der dem jetzt gerade geschickt haben hier die 13 dürfte keiner drauf sein 13 31 die beiden aber gerade geschickt den jetzt hier ja alles frei wieder der fährt gleich noch dadurch und habe gesagt das war die folge für heute von als war so wichtig wenn das ausgesprochen wird wenn ihr es ist schreibt gerne die kommentare ansonsten bis dahin